Eisenwald, Downhill only. Tja Bielefeld, nehmt euch mal ein Beispiel dran. Wann kriegen wir denn von euch solch schicke Trills? Zwei würden ja schon reichen. Hallo ihr Lieben, heute bin ich in Iserlo. Ich bin jetzt hier auf dem Bergkampf. Angibtig soll der sehr floglich zu fahren sein, ein paar Sprünge haben und ich will mir das Ganze mal anschauen und danach geht es weiter direkt auf die andere Seite vom Berg. Da ist nämlich so eine Art kleiner Bikepark. Die will ich mir heute mal anschauen und ich würde sagen, ich fahre erstmal los. Wie später. Schöne Grüße aus Iserlohn. Heidi! Irgendwo da hinten, da im Wald sind zwei Trills und da will ich heute noch hin. Kleiner Blick ins Tal. Ich bin nämlich fast da, gleich am Startpunkt. Aber die Aussicht ist auch sehr schön. Jetzt bin ich aktuell an den Eisenwaldtrails hier in Iserlohn und werde mir die beiden Strecken mal angucken. Beziehungsweise die Drahtrolle geht ja noch ein Stück weiter. Die wird dann rot. Mal gucken wie die wird, was da auf mich zukommt. Also bis später. Ganz wichtig, Trailregeln. Immer schön beachten. Als erstes werde ich jetzt die Schmelzbahn antesten. Das ist die erste Kameraaufnahme. Die ist erstmal nur zum Gucken wie die Strecke verläuft. Je nachdem wie die Sonnenverhältnisse sind, kann es ja auch blenden und dann sehe ich immer ein bisschen schlecht. Von daher erstmal mit Vorsicht rein. Okay, ich wünsche viel Spaß. Okay? Okay? Beinne ich jetzt hatten . Der Sprung ist okay, den kann ich beim nächsten Mal ruhig fluffiger nehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, shit! So, nach der Abfahrt kommt der Appel. Und der Appel ist sogar richtig hübsch. Wenn man da so rüber guckt, ich weiß gar nicht, ob man es mal vor Kamera sieht, schlängelt sich um den Berg. Oben ein Weg und unten ein Weg. Schön. Wie so eine Alm. Heidi! So, das Coole ist, den Appel habe ich jetzt hinter mir. Der ist schön einfach, kommt man so gut hoch, dass ich jetzt schon startklar an der Drahtrolle stehe und auch direkt hineinbüse. Also, nehm ich euch doch glatt mit. Das Ding soll jetzt ein bisschen technisch sein. Oh ja! So, das ist gut, denn. So, das ist gut, denn. Das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Doh, das ist ja witzig. So, das ist ja witzig. So, das ist gut. So, das ist gut. Da war jetzt der erste Ausstieg, aber ich will mir das ganze Ding komplett angucken auf meiner ersten Runde. Irgendwie bin ich schon aus der Puste, ey. Oh ja, steil. Cool gemacht, sehr cool gemacht. Da darf man dann auch nicht so schnell sein. Schlammloch. Okay. Ah ja, hier geht's ins Eingemachte. Mit den Lichtverhältnissen, das geht doch noch. Ist okay. Ja, manchmal wenn die Sonne so tief steht, ist das sehr ungünstig. Kleiner Drop. Schöne anspruchsvolle Strecke. Sehr cool. Jo, das macht Spaß. Und Ausgang. Perfekt, boah. Hammer Ding. Cool. So, und direkt weiter auf in Runde 2. Wie? 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 Ja, da! Wie? 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 tricks? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Diese scheiß Macho, wir werden keine Freunde. So Leute, das war's. Teil 3. Drahtrolle. Gecheckt, gefahren, abgehakt. Und ich hoffe natürlich, euch hat's Spaß gemacht. Jetzt geht's zurück zum Auto. Und dann nehme ich euch vielleicht noch mit auf ein paar andere Strecken. Die ich hier so finde. Mal schauen. Falls jemand was findet. Bis dahin. Ansonsten sag ich schonmal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schöne Grüße aus Iserlohn Vielen Dank fürs Zuschauen Hab ich euch schon mal gesagt, dass ich senken mag? Schöne Grüße aus Iserlohn Schöne Grüße aus Iserlohn